Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Abstimmung darüber, dem Abschluss der gegenständlichen Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG in 1776 der Beilagen die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist einstimmig angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Lueger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Elementarpädagogik und Vereinbarkeit. Wer stimmt hierzu? Das ist die Minderheit und somit abgelehnt.